So, na? Läuft das blöde Ding jetzt endlich? Ah, sieht gut aus. So, also. Guten Tag, mein Name ist Inge Nieberz, aber alle Welt nennt mich Oma Inge. Ich bin gestandene 99 Jahre alt und suche auf dem Weg den ein oder anderen Verrückten, der mal mit mir um die Häuser ziehen will. Nun zu meinen Hobbys gehören, Altkleidercontainer anzünden, am liebsten an den Abenden, wenn der Musikantenstadel im Fernsehen läuft oder mal mit den Freunden meiner Enkeln Koma saufen machen. Nun, ich bin zwar verheiratet, aber, naja, Themawechsel. Ja, ich lebe hier in einem wunderschönen alten Haus, das heißt, erst seit vier Monaten wieder. Ja, davor war ich eine kurze Zeit im Altenheim. Da hat man mich aber schnell rausgeschmissen, weil ich angeblich mehrfach versucht hätte, das männliche Pflegepersonal zu vergewaltigen. Dabei habe ich den doch immer nur in den Schritt gefasst, also ich weiß gar nicht, was die von mir wollen. Nun, wie dem auch sei, wenn Sie Interesse an mir haben und auch gerne schwarzen Humor sehen, dann kann ich Ihnen nur mich empfehlen. Ich komme nämlich auf den YouTube-Kanal von Sue James vom Keduma-Marionettentheater und zwar dieses Jahr 2014 im Sommer mit meinem allerersten Stück Oma Inge, der Geburtstagsmuffel, denn, naja, ich wäre da stolze 100 Jahre alt. Aber wer will das schon, nicht wahr? Also, freuen Sie sich drauf oder bereiten Sie sich drauf vor, sich zu freuen. Ich freue mich auch. Also dann, man sieht sich. Tschüssikowski dann. Ja, so. Jetzt mache ich das Ding wieder aus. Wo denn? Hier drauf drücken? Okay, klack. Okay, klack.